Willkommen zu meinem neuesten Video. In dieser Folge bin ich an einer ziverechten Mühle unterwegs. An den Windgeräuschen kann man schon gut hören, wie stürmisch es an diesem Tag war. Die passive Grundroute habe ich dann komplett links an den Rand gelegt, damit es mich beim Spoonfischen und Gummiangeln nicht stört. Ah! Wir sind wieder. Zu Beginn begann ich mit einem relativ grellen Spoon in der Farbe Orange-Gelb. Durch die starken Windhöhen war es auch nicht wirklich leicht den direkten Kontakt zum Köder zu halten. Beim Spoonangeln hat es besser noch geklappt wie beim Gummifischen. Zu Beginn habe ich dann wirklich stark durchgetestet, verschiedene Spoons, verschiedene Gummis, bis ich dann nach und nach die richtige Taktik herausgefunden habe. Da die zieberische Mühle das ganze Jahr von Erftwasser gespeist wird, gibt es auch mit den Wassertemperaturen im Winter keine Probleme. Und die Forellen sind jederzeit weißfreudig. Und der erste Biss. Leider hat die Forelle nur ganz spitz gepackt und schlitzte dann wieder aus. Dies sollte an diesem Tag einige Male passieren. Und der nächste Biss. Dies macht die Forelle den Spoon richtig genommen und hängt vernünftig. Kein Problem. Ich war zu weit rechts. Der Wind drückt den rüber. Da muss ich mal aufpassen mit dem leichten Spoon. Ohne Wind wäre klasse heute. Nächster Köderwechsel. Diesmal habe ich ein Spoon von Kevin Eilkamp. von Customized Fishing Gears drauf gemacht. Ja. Mit dem Spoon und mit der Farbe habe ich schon wirklich tolle Fische gefangen. Der läuft einfach wirklich mega. Ja. 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 Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Schatz, unten ist die schöne Lachsforelle ausgestiegen. Schade. Ja, war eine schöne, das war eine schöne, aber auch nur ganz spitz. Ich denke auch, ich habe den Haken ganz vorne gehabt, kein Problem. So, dann bin ich mal umgestiegen von Spoon auf Gummi, in dem Fall auch in der Baphorm, in rosa, 65mm. Läuft einwandfrei. Oh, warte mal. Warte mal. Das war gerade nichts, wo ist er hingeflogen? Wo ist er hingeflogen? Da. Bist du leicht? Ja. 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 Da mir der Waffraum ein bisschen zu leicht war, vom Werfen her gegen den Wind, habe ich dann wieder auf den RAG-70 gewechselt, in der Optik schwarz-weiß. Da war auch schon der erste Biss und der nächste Zupfer, habe er leider aus dem Maul gezogen. Und der nächste Biss und wieder aus dem Maul gezogen. Gummi zu groß, glaube ich, Nummer zu groß. Gesagt, getan, 70er Mirax wieder runter und der 50er Mirax drauf. Diesmal in der Farbe schwarz-gold. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 hier vorne ne, da hatte ich auch schon zweimal am ufer direkt und der nächste Biss wahrscheinlich, Entschuldigung Kleine Gummis nehmen sie besser, die 50er, die andere war zu groß eben hier vorne kamen sie gerade her, die stehen nicht weit raus, 3-4 Meter gut 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 Okay. Wir konnten auch schön sehen, dass die Forelle wirklich drei, viermal attackiert hat, dass sie den Gummi wirklich komplett genommen hat. Vorsicht, Vorsicht. Ja, danke. Ne, ne kleine, nur der Haken sitzt ganz vorne. Ja, danke. Nachdem ich zwischenzeitlich den blausilbernen Pahl probiert habe, wechselte ich dann wieder zurück auf einen Donner in Beige, ich glaube 2,2 Gramm müsste der gehabt haben um den Dreh. Ich glaube 2,2 Gramm ist die ganze Zeit in Beige. einmal kontakt weg einmal tup und weg platt gebissen und weg ich krieg zu viel ehrlich die packen so spitz in der Jetzt hängt es aber. Jetzt habe ich mir noch ein paar X-Lur besorgt. In dem Fall verwende ich jetzt den Oranges-Silbernen. Die Köder haben einen riesen Vorteil. Die können bei extrem langsamer Führung sehr sehr schnell um die eigene Achse rotieren bzw. Flanken. Rotieren ist nicht richtig, sondern die Flanken extrem schnell. Die Flanken sind wirklich so schnell um die Flanken zu bringen. Das ist stor, wenn ich mich gerne mit dem Flanken bekomme, die Flanken wunderschickt. Ich bin sie, ich bin sie und sie ist ein Flankenhaus. Mit dem Flanken tut dir ich dich vor. Hier bin ich eine Flankenhaus in der Flankenちene, bin ich glücklich. Oboh, das eine Flankenhaus habe, Untertitelung des ZDF, 2020 Nachdem sich die Biste wieder eingestellt haben, wechselte ich von X-Loop zurück auf einen Wachs, hier in dem Dekor, Bachforelle. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mittagspause machte ich dann in dem Restaurant von der Ziverecher Mühle. Dort kann ich jedem empfehlen, der angeln geht, sich eine schöne Schnitzel zu holen. Auch Kleinigkeiten, die Körle, wo es kommen ist, ist alles für Angler da. Das tut mir jetzt auch leid. Die Forelle habe ich noch schnell vor dem Essen gefangen, nachdem ich meine Bestellung aufgegeben hatte, musste ich noch ca. 10 Minuten warten. Und in der Zeit habe ich noch ein paar Würfe machen und habe die Forelle noch gefangen. Sehr schön. Ich komme. Hier kann man schön sehen, wieder ein Spoon von Kevin Eilkamp aus dem Haus Customized Fishing Gears. Bitte? Nee, Kamera! Dashcam. Falls man einen Unfall gibt. Hat zumindest der Wind ein bisschen nachgelassen. Ja, aber da kommt ein Wind. Heute Morgen, wie es noch anfing zu regnen, um 5 Uhr dachte ich, na super. Das wird ein geiler Tag. Regen und Sturm. Ja, sieht gut aus. Ja. Lachsforelle. Nee, kleine. Schatz, die zog so energisch, ne? Ja. 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 So. Ja. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und der nächste Spoon von Kevin Jetzt geht sie Aufgrund bis Und der nächste Spoon Und der nächste Spoon Und der nächste Spoon Bis So läuft das Beim ASB Ja, genau die habe ich auch Die sind echt gut Bist du schon mit dir verkauft? Nimm einen mit, komm ich's gut Ja, nimm einen mit Einen kannst du haben, kein Problem Die fahren gut, sagst du, 70er-Millionen? Die Funkbox ist da hinten Ja, kein Problem Ja, die bin ich schon Ja, ich kann nicht Da sind ein Ja, ich kann auch Ja, ich kann auch Das ist ein Wettbewerb. Der ist fast abgehakt gerade, hast du gesehen? Na jetzt aber. Spun geht gut heute. Ich angle aber alles. Normalerweise tue ich mit Teig viel mehr Schleppen. Heute habe ich noch gar nicht die Schleppgute ausgepackt. Läuft ja, warum auch? Kann ich mir den Teig sparen? Und ich kann schon mit Teig, ich sag mal, wirklich gut fischen. Also hier mit Teig drehen. Das habe ich schon vor 30 Jahren gemacht, die Form. Ich hätte keine Chance gegen die. Die hatten schon ihre Routen auf dem Parkplatz fertig gemacht. Bis ich aufgebaut hatte, hatten die schon drei dicke Lachsforellen da liegen. Und dann kam der Besatz. Und mir gesagt, das habe ich noch nicht erlebt. So schnell wie die Forellen draußen waren. Ich habe glaube ich noch damals, an dem Tag war ich eine 5 oder 6 gekriegt. Mit Mühe und Not, weil ich mich echt beeilt habe. Aber die hatten ja dann mit 4 oder 5 Mann, die da fast 30 Forellen liegen. Lachsforellen, ne? Ja, aber die Form geht jetzt schneller. Ja, du kannst schneller abhaken, schneller wieder werfen. Das war vor zwei Jahren. Da habe ich noch gesagt, mit dem Scheiß fängst du nicht an. Dann habe ich gesagt, wenn du das auch noch anfängst. Erst kam ja die Tremarella Geschichte, ne? Ja. Dann sind die alle wie bescheuert mit ihren Tremarella Routen und da ist sie wieder. Das war ein geiler Biss. Aufsicht. Da habe ich mir noch gesagt, wenn du den Scheiß auch anfängst. Vor allem, wie viele Routen willst du dann haben irgendwann, ne? Da hast du dann ja 50 Routen daheim. Dann habe ich meinen ersten Spoons gekauft. Silber, ne? War so ein 3er Set. War das ein ganz billiges. Dann bin ich wieder dahin gefahren. Das war, weiß ich nicht. Ich habe gesagt, zwei Jahre später kannst du sagen. Da habe ich mit diesem silbernen Spoon, habe ich 4 Lachsforellen gefangen. Zwischen 3 und 5 Kilo. Und da war es passiert, ne? Da war es rum. Da war ich angefixt. Das sind aber auch die Büsse sind geil. Die knallen in die Routen rein. Da hast du direkt Kontakt, ne? Beim Teigfischen lässt du die ja noch gehen. Außer das Bienenmaden dran. Da kannst du direkt eine geben. Aber normalerweise mit Teig gibst du den ja 2-3 Meter bevor du eine schellst, ne? Die Spoon halten sich hier selber. Ja, du darfst nicht anschlagen. Das war ganz komisch am Anfang. Ich habe so oft angehauen aus Versehen. Du musst nicht anschlagen. Ne, aber wenn du Teigfischer bist, ne? Und gewöhn dich mal um, ne? Teig, ja. 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 Das war nicht so einfach. Ja. 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 Mein Freund. Da sind wir wieder. Ach, hier eine kleine. Ich glaube die Großen verarschen uns heute. Das schöne ist, wenn du aufgrund die Bisse hast, die schlucken, das ist so, da kannst du die ordentlich ausdrillen. Gegen 15 Uhr habe ich dann Feierabend gemacht. Ich kann mich nicht beschweren, ich habe wirklich gut gefangen. Insgesamt konnte ich 17 Forellen fangen, die meisten auf Spoon. Aufgrund habe ich einige bekommen, auf Bummi lief ganz gut. Viele Fehlbisse. Die Forellen haben teilweise wirklich nur ganz kurz angestupst. Man hatte viele Nachläufer, die kamen bis zum Rand nach. Sie standen auch nicht unbedingt tief, ca. einen guten halben Meter. Die Spoons, die ihr seht, das waren die fängigsten des Tages. Die meisten davon sind von Kevin Altkamp, Customized Fishing Gears. Die bekommt ihr in seinem Onlineshop. Die Gummiköder, die ich sonst verwendet habe. Und die anderen Spoons bekommt ihr beim ASB-Teckel unter Spoon.Fishing. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Holt euch ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Geht angeln. Das nächste Video, das ich hochladen werde, ist von Limburg-Linter. Und wird, denke ich mal, in einer guten Woche rauskommen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.